Du bist Zahnärztin oder Zahnarzt, möchtest selbstständig arbeiten, dich weiterentwickeln und gut verdienen, das Ganze in einem modernen Arbeitsplatz ohne selbstständig sein zu müssen, dann bist du bei uns genau richtig. Mein Name ist Dr. Christopher Schmid. Ich bin Inhaber und Fachzahnarzt für Oralchirurgie der Dr. Schmid Zahnärzte in Neuansbach bei Frankfurt. Aufgrund unseres anstehenden Generationswechsels suchen wir weitere Zahnärzte zur Verstärkung unseres Teams. Was uns ausmacht, ist die gegenseitige Wertschätzung und der seit vielen Jahren gelebte familiäre Umgang in unserem Zentrum. Selbstverständlich bieten wir auch einen modernen Arbeitsplatz und beste Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Wir glauben, dass Zahnmedizin nur in einem guten Team wirklich Spaß macht. Ganz nach dem Motto, vom Ich zum Wir gemeinsam weiterkommen. Zudem bieten wir dir flexible Arbeitszeiten, ein überdurchschnittliches Gehalt und die Möglichkeit, deine eigenen Ideen umzusetzen. Aber das können unsere Kollegen am besten selbst erzählen. Mein Name ist Hena Nassim und ich arbeite hier seit einem Jahr als Vorbereitungsassistentin. Was mir hier besonders gut gefällt, ist, dass ich als junge Zahnärztin Einblicke in alle Fachrichtungen der Zahnmedizin erhalten kann und meine Arbeit hier wertgeschätzt wird und ich immer Unterstützung von allen Seiten bekomme in allem, was ich tue. Ich starte in den Tag mit unterschiedlichen Patientenfällen, an denen ich eigenständig arbeiten kann. Alles, was ich mir zutraue, kann ich auch selbst machen. Ansonsten werde ich gerne von den erfahrenen Kollegen an die Hand genommen. Wenn du neugierig geworden bist oder mehr erfahren möchtest, dann klicke jetzt auf den Button oder den Link und bewirb dich bei uns. Das Ganze geht innerhalb von 30 Sekunden ohne Lebenslauf oder Anschreiben ganz einfach vom Smartphone aus. Wir melden uns dann bei dir und freuen uns auf deine Bewerbung. Vielen Dank. Vielen Dank.